So, damit herzlich willkommen zu meinem Videomodul der Makroökonomie. Schön, dass ihr da seid. Wir sind im letzten Video eingestiegen mit dem Arbeitsmarktmodell. Heute möchte ich konkret auf die Arbeitslosenquote eingehen. Diese ist das Verhältnis von Arbeitslosen zu Erwerbspersonen. Und die Gruppe der Erwerbspersonen setzt sich aus der Gruppe der Erwerbstätigen und der Gruppe der Arbeitslosen zusammen. Ich habe zwei Aufgabenstellungen vorbereitet, beziehungsweise Fragestellungen. Die gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Und zwar, welche beiden Situationen bildet die Arbeitslosenquote ab? Erste Situation, ein aktiver Arbeitsmarkt. Also schreiben wir hin, ein aktiver Arbeitsmarkt. Den Rest packe ich auch unten in die Videobeschreibung hinein. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber gehen wir das dann mündlich durch. Ein aktiver Arbeitsmarkt, auf dem viele Beschäftigungsverhältnisse gelöst werden. Gleichzeitig aber auch viele Arbeitssuchende, die eine neue Beschäftigung finden. Das ist mit einem aktiven Arbeitsmarkt gemeint. Dann das Gegenstück wäre ein sklerotischen Arbeitsmarkt. Auch hier packe ich euch den Rest dann unten in die Videobeschreibung hinein. Dennoch gehe ich das auch hier mal mündlich durch. Und zwar, der durch eine geringe Zahl von Kündigungen und Neueinstellungen und einen hohen Pool an Langzeitarbeitslosen gekennzeichnet ist. Punkt. Dann habe ich noch zwei Aussagen, die wir vervollständigen wollen. Vervollständigen Sie die nachfolgenden Aussagen zur Arbeitslosenquote. Eine höhere Arbeitslosenquote beeinflusst die Arbeitnehmer durch einen Rückgang der Neueinstellungen, so dass es schwieriger wird, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Also, einen neuen, müssen wir in Klammern packen, neuen Arbeitsplatz zu finden. Arbeitsplatz zu finden. Ja, diese Aussagen sollen einfach nochmal ein Verständnis vom Arbeitsmarkt geben. Packt euch das am besten auf ein Karteikertchen drauf und lernt das. Eine höhere Arbeitslosenquote beeinflusst die Arbeitnehmer durch eine Zunahme der Entlassungen, so dass das Risiko größer wird, arbeitslos zu werden. Arbeitslos zu werden. So, Punkt. Das wollte ich nochmal im Zuge der Arbeitslosenquote mit euch festhalten. Im nächsten Video gehen wir nochmal konkret auf den Begriff Lohn ein. Da habe ich auch noch konkret die ein oder andere Aufgabenstellung für euch vorbereitet. So, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Das war's für heute.